So, 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 hallo Leute und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ich bin leicht erkältet, deswegen kann ich nicht zu laut reden. Aber das ist jetzt ein Unboxing von Superstars, Go-Go's Crazy Bones. Und ja, da sieht man hier den Preis, 2,49 Euro. Also, so, ohne, ohne Preis, ziemlich cool. Und hier. Ja, wir haben halt 2 Sticker. Nummer 23 und 17. Und die Nanne-Sauce. Und die Zweig-Golz. den habe ich bei der Kokos Explorer Edition Blau Ja Also ich hoffe es hat euch gefallen Und Ja Bis dann Ja 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 Ja